Musik 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 hallo youtube freunde der winter hat tirol fest im griff wir haben zwar nicht so viel schnee aber immerhin minus temperaturen von 2 3 grad das reicht schon dass es richtig winterlich anfühlt speziell in meiner werkstatt gehen wir mal schauen ob der simon den roten golf schon in arbeit hat so 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 mögliche getan. Wunderschöne Bleche hat er hergerichtet, schön gebogen und gefölzt. Ich schätze mal, das ist ein gekaufter Einstieg und den schweißt er da jetzt rein. Beziehungsweise hat er reingeschweißt. Wir machen jetzt eine super Konservierung und diese Hohlräume, die werden wir richtig fluten, damit es lange nicht mehr kommt. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.